Es ist fast immer das gleiche Bild im sächsischen Freital. Demonstrative Solidarität für die Flüchtlinge auf der einen Seite und unverhohlener Fremdenhass auf der anderen. Seit März dominiert auf der Straße die Wut. Rechts gegen links und rechts gegen Flüchtlinge. Freital ist zum Synonym für Ausländerfeindlichkeit geworden. Ganz vorne mit dabei Dirk Jährling. Der Mitbegründer der Initiative Nein zum Hotelheim bezeichnet sich selbst als Mediator. Das heißt, vor der Kamera spielt er gern den Deeskalierer. Wir sind nicht die Aggressoren. Was ihr jetzt filmt, was ihr jetzt alles seht, das einfach aufgebracht hat, weil da Leute aus Leipzig, aus Frankfurt, aus Halle irgendwo angekarrt werden. Das sind keine Freitaler. Das sind Freitaler. Das sind keine Freitaler. Es ist doch keiner aus Freitaler. Doch der Betreiber eines rechten Szene-Treffs kann auch anders. Seine Hetzteraden gegen Einwanderer, so zahllos wie einfältig. Fakt ist, wenn das deutsche Volk sich nicht jetzt wehrt, würde es in 30 Jahren kein deutsches Volk mehr geben. Das ist Fakt. Es wird ausgetauscht und am Ende wird der Rest noch gebeten zu gehen oder in Reservate gesteckt. Das klingt alles nach einem schlechten Film. Aber die Geschichte zeigt uns klar, dass es dieses alles schon gegeben hat. Sie, die amerikanische O-Einwohner und den jetzigen Amerikaner, der hat genau das stattgefunden. Sein Hass richtet sich gegen das Hotel Leonardo, Unterkunft für fast 300 Flüchtlinge. Viele haben Krieg und Vertreibung erlebt. Mit Freital haben sie nicht gerechnet. Uns sind schreckliche Dinge zugestoßen. Wir wollen einfach nur in Frieden leben. Wir wollen uns ein Leben aufbauen. Verstehen Sie? Fühlen Sie sich sicher hier? In dieser Gegend? Nicht so sehr. Kein Wunder. Ob durch Symbole oder Parolen, in Freital zeigt sich der Deutsche momentan von seiner hässlichen Seite. Nicht alle, aber einige. Hau doch mal ab, du Nigger. Verpisst dich auch. Verpisst dich auch. Verpisst dich. Verpisst dich. Was ist los hier? Mit den Medien kennt man sich aus. Guten Tag, meine Herrschaft. Mein Name ist Lorek, Rechtsanwalt aus Dresden. Es gibt eine Herrschaft auf der anderen Seite, die sich von ihren Filmen belästigt fühlen. Ich hätte die große Bitte, dass Sie das einstellen. Was da drüben ist, keine politische Veranstaltung. Es ist auch keine Person der Zeitgeschichte hier. Es sollte immer eine große Freude sein, an den Fotoaufnahmen, die Sie machen, zu verdienen. Sie verletzen das Kunst, in § 23 Kunsturhebergesetz, machen Sie strafbar. Angesichts der Lage wurde rund um das Flüchtlingsheim ein Versammlungsverbot erlassen. Die Übergriffe im Internet lassen sich dadurch nicht abstellen. Das Internet ist momentan, Facebook ist momentan ein Problem, dass es zu Eskalationen führt, die hinterher nicht mehr beherrschbar sind. Weil der Verbalradikalismus, der hier anonym an den Tag gelegt werden kann, zu riesigen Problemen führt. Beispiele dafür finden sich genug. Abschieben ist scheiße, abknallen ist die richtige Lösung. Oder Einfach mit einer Stahlroute immer wieder in diese Dreckskanackenfressen schlagen, bis der Schädel blutet. Oder auch In Buchenwald, Auschwitz und Sachsenhausen ist noch genug Platz. Wer schreibt so was? Einer von ihnen heißt Klaus Wenzel. Laut Facebook arbeitet er bei Biotech, einem Verein zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in Freital. Wir machen uns auf die Suche nach ihm und stoßen vor der Einrichtung auf seinen ebenso freundlichen wie geschockten Arbeitgeber. Der Klaus Wenzel, der auf der Facebook-Seite angegeben hat, dass er bei Ihnen eben arbeitet. Dann ist es ein 1-Euro-Jopper, genau. Genau. Der hat unter anderem auch gefordert, auf Facebook doch die KZs wieder aufzumachen. Um Gottes Willen. Der Mann, den wir suchen, verrichtet im Kirchgarten gemeinnützige Arbeiten. Sozialpädagoge Schwarz stellt ihn zur Rede. Es geht darum, dass ich ein bisschen enttäuscht bin von Ihnen. Warum? Weil Sie im Facebook aktiv sind. Naja. Und dass Sie dort Dinge reinschreiben, die relativ unterirdisch sind. Zum Beispiel in der Richtung KZs wieder aufzumachen. Warum machen Sie denn so was? Naja. Warum schreiben Sie denn so was? Ich betreue Sie hier. Das ist keine Meinung. Das ist scheiße. Naja, es ist passiert. Ich habe sie wieder rausgelassen. Klaus Wenzel ist seit der Wende arbeitslos. Auch davor erhielt er Unterstützung. Einen echten Job hatte er nie. Ich bin ja mittlerweile schon das zweite Mal in der Maßnahme. Macht Spaß, ja. Da bekommen Sie auch Geld für, oder? Ja. Und Sie haben eine Wohnung? Ja. Wird die vom deutschen Staat bezahlt? Ja. Also es ist doch eigentlich für Sie gesorgt. Sie haben einen Job, Sie kriegen Geld dafür. Sie haben eine Wohnung, die vom deutschen Staat bezahlt wird. Naja. Was haben Sie denn dann? Ich wäre es lieber, wenn ich den richtigen Job hätte. Warum haben Sie den nicht? Weil ich den kriege. Ich werde ja gar nicht irgendwas mit der Kamera reinmachen. Aber ich kriege ja nichts. Ich habe mich ja schon zig Bewerbungen weggeschickt. Auch telefonisch beworben und alles. Und ich kriege eine Chance. Woran liegt das? Na, mir fehlt eine Ausbildung. Aber dafür können doch die Flüchtlinge nichts? Nein, ich auch nicht. Aber warum sind Sie denn dann auf die Flüchtlinge so sauer? Eine Antwort darauf bleibt er schuldig. Wahrscheinlich, weil es keine gibt. Doch Klaus Wenzel ist nicht der Einzige. Ein weiteres Profil sticht bei Facebook heraus. Mike Hess postet. Bin auch der Meinung, dass ich die Kanacken hier nicht brauche. Genauso wenig das verlogene deutsche Politikertum. Die gehören an die Wand oder gehängt. Dreckspack. Und? Im Mittelalter hat man solche Häuser niedergebrannt. Habe ich in Geschichte gelernt. Außerdem? Von mir aus können Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen. Wenn das Mittelmeer zu Europa gehört, dann hat das Mittelmeer genug Flüchtlinge für Europa aufgenommen. Ha, ha, ha. Wer steckt hinter Mike Hess? Das Facebook-Profil lässt Rückschlüsse auf einen jungen Mann zu. Wir treffen ihn in einer Bar in Freital. Mit Bier und Freunden. Hallo, guten Tag. Darf ich Sie kurz was fragen? Sie sind doch ***, oder? Nee. Sind Sie nicht? Oder auch Mike Hess, wenn ich richtig informiert bin, oder? Keine Ahnung. Ich will nicht verschwinden von der neuen Seite. Die Barbehörde von Ihrem Ruder, oder? Ich will da nicht aufgenommen werden, oder? Aber Sie sind Mike Hess. Nö. Wer sagt denn das? Sind Sie ***? Nö. Ja, der aber Mike Hess nicht. Rechts aussen scheint man nicht zu verstehen, warum Menschen wie die schwangere Shaza und ihr Mann Ahmed von Syrien nach Deutschland geflohen sind. Es war der Wunsch nach Frieden. Jetzt erleben sie, dass Freital mit Freiheit nur wenig zu tun hat. Freital ist eine schöne Stadt, aber die Menschen hier sind nicht so freundlich. Vielleicht steht es ihnen zu, aber sie richten über uns. Dabei sollten sie uns nicht anhand unseres Aussehens beurteilen, sondern uns eine Chance geben. Und herausfinden, ob wir gute Menschen sind oder nicht. Nächstes Jahr soll eine neue Asylunterkunft in Freital entstehen. Die Hetze dagegen, im Internet und auf der Straße, hat bereits begonnen. Vielen Dank.